Yippie-a-yo, Freunde! Ähm, hier ist der Igel mal wieder zurück. Und als erstes muss ich mal gestehen, dass ich, äh, gerade den Sound ausgesteckt hab. Einen Moment. So, gut. Ähm, erst mal muss ich gestehen, dass ich das Spiel schon vorgespielt habe. Ähm, und einfach um zu gucken, ob ich das packe und ich konnte es mir einfach nicht mehr verhalten. Daher kenne ich das Spiel jetzt schon. Äh, ich hab's auch durchgespielt. Allerdings jetzt nur schnell zum schnell durchgucken mit Save-Sates, was ich jetzt natürlich ohne machen werde. Wobei ich auch nicht... Ich glaube, ich hab drei Stück gesetzt. Also, äh, egal. Aber, ähm, ich, äh, kenne das Spiel jetzt schon. Ich finde das Spiel auch sonderlich nicht weiter schwer. Äh, und dann kommen ein paar interessante Sachen noch, auf jeden Fall. Und, äh, der letzte Endboss ist eigentlich das einzige, was schwierig an dem Spiel ist. Ganz im Ernst. Äh, alles andere geht eigentlich. Total klar. Und, ja. Gut. Wow. Geht einfach zu. Ah, ich kann mal vorsichtig runter. Ich hab keine Ahnung. Also, alles erinnern kann mich jetzt trotzdem. Ich hab's einmal schnell durchgezogen und, äh, deswegen, ich kenne diese Gegner hier. Die sind ekelhaft. Die explodieren nämlich einfach mal. Die Dreckigen. Und die können mir nix, solange ich ein... Ähm, wie heißt das? Schild habe. Dann können ich mir nix. Ähm, ansonsten können sie mir doch was. So. Gut. Gibt's mir sonst noch zu sagen? Nix. Gut. Gut. Ach Gott. Ich hab glücklicherweise mit meiner Zeit bisher keine Probleme bekommen. Sehr gut. Also, ich bin nicht einmal, äh, da reingelaufen, dass ich irgendwie keine Zeit mehr hatte. Wobei ich allerdings zugeben muss... Oh, nehmen wir mal den. Äh. Oh, gehen wir mal hier rein. Dass ich, äh, mit neun Minuten 45 irgendwo durchgekommen bin. Also, egal. Trotzdem denke ich mal, dass ich das schaffen muss. Äh, dass ich das schaffen muss. Okay. So. Achso, Continue haben wir noch gar nicht gefunden. So. War er das gerade in Continue? Ich weiß nicht. Das hat so gerade angefangen. Als würde er den, den Sound machen wollen. Und ich habe jetzt den neuen Stand der, äh, Erkenntnis erlangt, dass ich glaube, dass ich, ähm... Okay. Dass ich glaube, dass... Dass... Ich dicke Eier hab. Nein, weg. Oh. Wow. Wow. Okay. Dass ich nur einen bestimmten Ring einsammeln muss. Und zwar irgendeinen am Rand von denen. Keine Ahnung. Das genau aussieht. Oh, ich krieg auch überhaupt nix. Ich hab überhaupt keine Ringe kriegt, man. Ich mir fehlen... Gerade mal ein paar Stück zum Leben. Wow. Okay. Und ich glaube, man kriegt immer nur ein Leben pro, wenn man 100 Ringe in einer Runde kriegt. Danach muss man erst 200 Ringe kriegen, bevor man in der Runde wieder ein Leben kriegt. Soweit ich das jetzt verstanden habe. Das ist auch nur die Gedanken, die ich mir gemacht habe. Und wie weit die richtig sind. Keine Ahnung. Ich weiß jetzt immer noch nicht, ob ich mein Continuum habe. Das kann sein. Das hat so angefangen, aber das ist dann so unterbrochen gewesen. Egal. Ach, so. Und weg. Komm, einen Versuch noch. Ja. Ja. Nein. Zwei Ringe. Ach, scheiße. Ich möchte jetzt auch nicht das ganze Spiel nur in den dummen Bonusrunden hocken. Ach, kacke. Einen machen wir noch. Ah, nicht schon wieder. Ja, jetzt hab ich's verkackt. Nee. Hab ich nicht. Okay. Okay. So. Nein, nicht darüber. So. Und jetzt da hoch. Nein. Nein. Ja. Gut. Einen Versuch noch. Ring. Hm. Hm. Klasse. Okay, Schnauze voll. Ich krieg hier eh nix vernünftiges. Die wollen mich eh immer nur verarschen. Oh, Herr. Ja, genau. Jetzt dreh dich da oben. Und hier rein. Los. Wenn man raus will, kommt man nicht raus. Wenn man rein will, kommt man nicht rein. Ich weiß nicht. Irgendwie seltsam. Ach, wie beim Sex. So. Gut. Und jetzt muss ich nur zusehen, dass ich vorsichtig bin. Haha. Gut. Ähm. Ah ja, genau. Wenn ich mich nach rechts drehe, dann geht er hoch. Und wenn ich mich nach links drehe, geht er runter. Einfache Prinzip. Ja, 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 ja. Nee, nee. Okay. Und die machen nix. Okay. Die Dinger muss ich im Kopf treffen. Dann sterben sie nämlich. Ja. Sehr gut. Hier sind Knöpfe. Vorsicht, manche... Ich weiß nicht. Was man vielleicht verwechseln kann, sind diese Dinger, die Feuer spießen. Mit den Dingern, die... Äh, 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 mit den Knöpfen halt. Boah. Reden ist schwer. Ach ja, das war nur so ein kurzes Interludium hier. Und dann werde ich immer getroffen. Wow. Okay. Hm. Gut. Alle Ringe weg. Kein Leben bekommen. Schön. Wunderbar. 1a Sahne. Na ja. Vielleicht kriegen wir auch unser Leben. Hm. Ja, genau. Also wenn ich nach links gehe, gehe ich nach unten. Das war jetzt eigentlich nur Glück, dass ich nicht getroffen wurde. Wie gemein das einfach ist. Man kommt da hoch und wird direkt abgeschossen. Ja, es gibt hier noch so eine Gemeinstellen einfach, wo du einfach immer getroffen wirst, weil du gar nicht damit rechnen kannst. Zumindest nicht, wenn du das erste Mal spielst. Bei den Dingen habe ich gelernt, immer oben drauf, nicht unten drunter versuchen, durchzugehen in irgendeiner Weise. Niemals ist das richtig. Ha, ist immer falsch. So. Okay, hier rauf. Sorry, dass ich jetzt mir die Blind-Erfahrung weggenommen habe. Aber ich glaube, es ist ganz gut so, weil das hätte sonst sein können, dass ich das verkackt hätte. Jetzt weiß ich zum... Also eigentlich sind alle Endbosse total simpel. Wirklich. Jetzt werde ich angerufen. Einen Moment. So, wie meine Mutter mich einfach mal bei der Aufnahme stört. Na ja. Gut. Da haben wir ein Blitzschild. Bam. Oh, jetzt wieder den geilen Doppelsprung. Den finde ich schon ziemlich praktisch. Und ich glaube, den... Das Problem ist leider, dass man... Ja, dass man den so leicht verliert, ne? Aber eigentlich geil ist das schon. Wäre auch eigentlich ein Vorteil, den ich Sonic irgendwie dauerhaft gegönnt hätte, irgendwie. So. Haben wir noch was? Ja, wir können noch ein Leben haben, ne? Ich habe eh nur 26 Ringe. Da kann ich eigentlich nicht so viel verlieren. Dum, 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 dum. Und, 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 und. Nix. Schön, wie das immer läuft. Ich hätte gerne Jackpot, Jackpot, Jackpot hier. Ich glaube mal, dass das das höchste ist. Oder, oder... Ich glaube, Nuggles bringt mehr Punkte als Sonic, habe ich irgendwie mitbekommen. Oh, Herr. Jetzt geh doch mal nach hoch wieder. Oh. Du dreckiger. Du dreckiger. Jetzt gar nicht hin. Okay. Jetzt hier Ringe einsammeln. Ne, okay. Ich glaube, ich habe den Scheiß schon. Nix, nix, nix. Oh, das war ja wieder klar. Ich werde mal wieder alles verlieren. Keine Ringe. Das ist natürlich schlecht. Deswegen holen wir uns gleich wieder welche. Na? Irgendwer hat geschrieben, dass die Chance, wenn man viele Ringe hat, äh, dazukriegen relativ hoch ist. Also ich persönlich sehe das anders. Ich glaube, die Chance ist nur bei mir immer hoch. Also, weil ich einfach Pech haben tue. Oh, Mann. Ba, ba, ba. Yay. So viel ist das nämlich gar nicht. Oh, jetzt kommt. Bring mal irgendwas, dass ich wenigstens mit mehr hier rausgehe, als ich reingekommen bin. Was war denn das für eine Aktion gerade, mein Freund? Nein. Hm, klar. Mit weniger rausgegangen, als ich reingekommen bin. Also richtig schön gelohnt hat sich das natürlich wieder. So, da ging es, glaube ich, nicht lang. Sondern hier. Wow, weg hier. Okay. Studier halt. Oh, schon wieder ein Schild. Weg. Achso, okay, cool. Mit dem Schild kann mir ja nichts passieren. Feuer-Schild ist, glaube ich, hier irgendwie ein bisschen sinnvoller. Wow. Hm. Okay, ist einfach nur eine Brücke. Schön. Okay. Und Power. Wow, 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 wow. Warte. Warum gibt es hier jetzt schon wieder ein anderes Schild? Hm, ich weiß nicht. Ah, doch, ich will es haben. Ja, und runtergefallen. Klasse. Hm. Na los, wieder hoch. Zack. Egal. Scheiß auf die Ringe da. Eigentlich will ich es da haben. Egal, ich hole es mir trotzdem nicht. Hopp. Hm, hopp. Und, äh, nee, nach rechts muss ich. Okay, reicht's. Und Leben. Genial. Ich finde den früheren Ton schöner. Muss ich schon zugeben. So, jetzt nicht unten drauf. Unten lang gehen, oben lang gehen. Egal. So. Ah ja, die Dinger können mir nichts, weil ich nur ein Schild hab. Ich hab irgendwie fliegen im Haus. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Ich hab nix, was stinkt hier. Einfach fliegen. Wow. Wow, okay. Du kannst mir nix, weil ich weiß, genau. Stimmt. Ach, könnte ich aber über euch hinweg. Könnt mir ja hier nix. So, die Dinger können mir schon was, weil ich keinen Feuerschild hab. Mit Feuerschild durfte ich mich auch nicht verletzen können. So. Wow. Doppelsprung ist toll. Okay. Okay. Wuihi. So. Und. Hm, hätte ich mal die 10 doch eingesammelt. Jetzt bin ich mich schon fast am Leben dann dran. Hm. Na, es kann doch sowas werden. Oh, okay. Nein. Oh, mein schöner Schild. So. Ich will mein Schild zurückhaben. Jetzt hab ich Angst, wisst ihr. Ah. Na egal. Gehen wir mal runter. Vielleicht wird das ja was. Meine Fresse. Nee. Okay, bleib stehen. Okay. Okay. Rup. Nein. Geinnnnnnnnnnn